Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen. Wir haben das letzte Mal die Schattenfest erobert. Ich bin hier schon mal gleich den Weg zu Granzorin gegangen, beziehungsweise am Greißenstein verwende ich. Egal. Jedenfalls, wir sagen gleich mal zum Maximilienmistenstein. Okay, dann schauen wir mal, was er jetzt machen will. Ich würde sagen, wir machen die Unterstützung einer Posh. Okay. Oh, dann helfe ich schon. Oh, was? Aber ich glaube, heute schauen wir uns ein bisschen wieder in der Stadt erstmal umbereiten uns ein bisschen vor und schauen, ob es nicht irgendwo eine Nebenquest gibt. Und Steffen müssen hier auf sein Grimoire geben. Und da ist auch schon eine Nebenquest von einem Händler. Ah, Arisen, Sir, I find myself in a situation most dire. I thought to sell some land I own to raise capital, but I must first evit those who live upon it. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire, and I wish the current residents gone with all haste. They'll not hear this proposal from me, but from the Arisen. They are like to weigh it carefully. You are my best and final hope in this matter. Can I rely upon your aid? Haha, naja. Any rarities to say? Any rarities? Also, von Neval will, dass wir, ähm, ja eben nur eine Räumung vom Land verhandeln. Da wäre schon einer, der Posh, die wir bekommen. Yes, how may I aid you, Sir? Aye, we pay tariff on for levels land. Entschuldigung, musst du kurz niesen? Oh, wants us gone, does he? I wager it's not so simple a proposition as all that. I know, Fournable's the law on his side, but I'm loath to simply up and go at his command. It's a hard decision, Sir, and not one I'd make alone. I've a wife and son. They should get word of this before all else. They're off about the town, though where I don't know. Perhaps you could find them and explain the matter. I would hear their thoughts, ere I make any decision. No doubt you were filled with fear and awe. With trepity? Sir, you have a need of me? Fournable would have us quit his land? Oh, fine, but this is sudden. Had he even a wit of the maker's decency? He'd give fair warning of such a request. I beg of you, Sir. Grant me a little time to consider what you say. I would strive to have an answer for you shortly. Then we'll get back to her and there's already Steffi in the eye. Salomet was a scholar, the leader of a council of sorcerers. He was a genius, a luminary, until the day he went mad. He put the fruit of the council's research to the flame and disappeared. Ah. I, geniuses are so off-touched with madness. But enough of him. I care only about the tomb he kept with him in his research. I would make it mine, Sir. Even if it means sifting through the mud to fight. Na gut, dass ich es gleich dabei habe. Yes. This is it. At long last, Salomet's grimoire is mine. It wears a humble look. But there's an aura of such power about it. It is a wonder. My thanks, Sir. Truly. I must do art to repay this kindness. In the future. Should we meet again? Give me these to travel land, but you give me them this quest. So, damit ich auch ein bisschen Geld habe, den können wir kurz beim Schuhen vorbeischauen. Es gibt schon mal ein neues Schwert, aber ein neuer Bogen und vielleicht auch Dolche. Ich weiß nicht, habe ich die Schuhele schon was nachschauen? Abwogen habe ich schon mal ein neues Schwert, ob ich ihn verbessern kann. Warte, da hatte ich nicht einen anderen gekauft. Ah, ne, hatte ich gar nicht, ja. Egal. Okay, Stilette habe ich tatsächlich noch nie. Die Stilette kann ich gleich mal verbessern. So, dann schleiche ich mal. Ich kaufe gleich mal die Stilette. Und sonst, glaube ich, noch. Na, Helme mag ich ja nicht damit. Ich mag das nicht mit den Helmen, weil die sehen irgendwie manchmal etwas seltsam aus. Ich meine, zum Beispiel. Ne, so eine Zipfelmütze habe ich nicht unbedingt Bock drauf. Auch eher nicht, auch eher nicht. Ja. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Wobei, ich glaube, ich kaufe einfach den Kettenpanzer, damit ich ein bisschen Rüstung habe. Vielleicht die Jägerjacke schon. Ne, habe ich noch nicht. Den kaufe ich auch noch. Rotlederhandschuhe. Kettenhosen habe ich schon. Eisenstiefel ist das Beste, was ich habe. Dann noch schauen, was eigentlich am schönsten aussieht hier. Na, ich glaube, ich lasse das erst mal. Äh, nein, nicht abbrechen. Poppy, dir könnte ich jetzt auch mal was geben. Bei dir passt eigentlich Eisenhandschuhe mehr. Dann gleich mal der Kettenpanzer, wie immer. Waffen noch Kasten schon. Sonst, ja, Schwert und Schild halt. Jetzt habe ich halt selbst kein Schwert, aber egal. Das ist kein besseres Schwert. Das lasse ich erst mal machen. Ich sehe da auch noch mal die Kettenhosen. Steu, schnell. Ich sehe da auch noch mal die Kettenpanzer, die ich habe. Das ist ja auch ein Schildzeug. Ich weiß nicht, ob ich euch irgendwas verkaufen kann. Da habe ich sicher irgendwas, was ich nicht mehr brauche. Bei meinen ganzen Materialien, die ich habe. Soll doch irgendwas sein, was mal für Geld herliegen kann. Zyklopen werden wir noch oft genug begegnen. Das kann ich mir nicht alles verkaufen. Dann kann ich mir auch ein Schwert kaufen. Das ist das Schee. Kann ich ihr vielleicht auch ein Schild kaufen. Ja. Für mich das Krummschwert. So. Brauche ich das Breitschwert eigentlich nicht mehr. Die Halsabschneider brauche ich auch nicht mehr. Und bei... Nein, nicht die Stiglette. Bei Poppy brauche ich das Eisabschwert. Das Grundschild nicht mehr. Ich werde das Schild verbessern. Die kann ich leider nicht mehr verbessern. Das ist ein Problem, mir fehlt jetzt... Mir fehlt das Geld. So viel Probleme. So viel Probleme. Das gibt es nicht mehr. Silbertill will ich auch noch nicht mehr hergeben. Oh. Nein. Die laute Sachen gegen Dark Errissen fällt mir gerade auf. Egal. Was habe ich denn? Was ich verkaufen könnte? Ich habe das doch irgendwas mit Heilung, oder? Vielleicht Sau ist das Bestien in Rippen, oder? Nee. Bestien in Rippen. Oh Gott. Das ist komplett schlecht ausgesprochen. Egal. Was kann ich noch verkaufen? Das macht mich gerade fertig. Der Weg der Vergiftung. Der Weg der Vergiftung von Hobby. Der Weg der Vergiftung von Hobby. Was ist da noch schmuck? Der Weg der Vergiftung. Kann ich das Schwert verbessern, aber ich glaube ich gehe erst noch auf die Rüstung. Schau, was ich da mache. das ist erst mal wichtiger ist doch noch was verkauft vielleicht dafür das sind erst mal wolfspelz sonst glaube ich dann macht das schnell noch noch mal was für die fähigkeiten ausgegeben nein habe ich aber es scheint auch nicht als gäbe aufnahme abgestürzt ich habe mal kurz was gemacht aber das ist dann halt naja verloren gegangen ich habe hier noch diese standardfähigkeit ich bin so den wir überzeugen müssen und ich würde sagen den schauen wir uns auch noch mal gleich an das ist der beste wenn man gestatt unterwegs ist es besser die Däuche zu nehmen damit ich ihm besser klettern kann so hallo naja eigentlich kann er das schon ach komm schon das ist doch nicht so schlimm ihr verliert nur euer heim und werdet auch dachlos hier gibt es mal einen schönen Skelettschlüssel das ist ganz praktisch ich merke das ist ein bisschen ein Problem mit wie sie ich also das ist ein bisschen tearing egal das ist ein bisschen mieser aber ich kann jetzt gar nichts dagegen machen glaube ich das ist'll so so wo ist er denn so wer ist auf dem Dach jetzt die Frage wie kommt er drauf das ist schon mal der Vorteil dass ich die Döcher Okay, das nervt halt echt gerade, das mit dem Bild. Naja, ich kann nicht. Ich muss dagegen wachen leider und fuck mich gerade selbst ab. Das ist... Damn. Nur den Partner. Wobei... Hm, jetzt ist es auf einmal weg. Egal. Ja, tut mir leid, ich kann leider nicht gehen, bis ich... Endlich mal. Young Pit is nearly aqueducts like it's not. Any time. So. So, das ist fast. Komm schon. Pip, pip, pip. Und dann noch die Tochter, die wir dann später nochmal fragen müssen. Ah, währenddessen können wir uns dann schon mal auf den Weg machen zum... Alter des Wasserkontes, also wie war das? Ja, Alter des Wasserkontes. Pip, pip, pip. Gut, gut. Und dann nochmal, was habe ich da für die Quest angekommen? Ich weiß es gar nicht. Schau mal, ich gieß die Fische. ich werde eigentlich auf jeden Fall gleich annehmen, da warte ich, wenn dann ein bisschen zappeln. Vor allem, dass man ein Supermedaille auskommt, das ist nicht so nervig sein, weil die immer wieder, na sie respawnen halt immer wieder an den selben Stellen und es kann ziemlich lange dauern, bis wir noch 20 zappen haben. Harry, gib uns das Lied. Und Pipp, renn nicht davon, du Schießer. So, komm schon. Leider nicht. Na ja, der Erweckte ist eigentlich ja nur der Typ, der den Drachen bekämpfen soll. Schön, dass du es einsiehst. Ja, aber wie gesagt, Sarah müssen wir Zeit lassen und da ist schon wieder das Problem der Mann, ich glaube, das nicht so gut. Ihr Hühner natürlich machte vieles auszüllen. Heil, Freund. Es ist ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass du gut bist? Ja. Aber komm. Wenn du es eine schwöre, die du willst, wirst du einen schönen Lied als Dessort gewollt. Die Krähe bringen Tidings. Die Krähe bringen, die oft Grimm. Ich? Ich bringe dir Arbeit. Ich bin noch Grimm. Ich bin noch Grimm. Okay. Ja. Und das ist so. Okay. Ja. Egal. also wir müssen schauen ob jemand das schloss bei nacht verlässt geht entschlossen für den schloss erwartet in der oberschaft und heftet euch an seine färzen aber soweit ich weiß das nur in der nacht und naja ich glaube dass das jetzt alles ein wieso bin ich gerade heute wieder mal so seltsam egal ich schaue dann mal ob ich irgendwie wann dann mal dieses problem hier lösen kann jetzt ist es gerade wieder weg es kommt immer wieder und dann ist es wieder weg egal ich hoffe euch hat der fahrt gefallen trotz dieser kleinen bildschirmprobleme aber naja mal schauen wie das dann wieder wird und schaut auch mal wieder beim nächsten mal vorbei bis denn